was geht mein ziel ist eindeutig es sind noch 300 meter wohin ich fahre das erfahrt ihr jetzt moin leute was geht mein name ist youtube games com auf der playstation 4 vom clan zombie cowboys ich bin der leader des größten clan in europa ich gebe aber damit nicht an und ich ja ich ja ich wusste mich nicht damit eines der erfolgreichsten clans überhaupt zu haben und das natürlich schon verschiedene gaming magazine interviews mit mir wollten aber das ist mir völlig egal das interessiert mich nicht was mich interessiert sind meine abonnenten um meine 7000 clan mitglieder das ist mir wichtig und nicht der rest so ihr wisst ja ich möchte gta online von anderen clans befreien und auch von allen möglichen clans die dort existieren und ich meine meine drohung ernst ich werde euch heute hier meine botschaft wieder zeigen dass ich es ernst meinen wirken gerne zu den zombie cowboys wechseln ihr kennt uns alle großes z großes b und großes c hier sehen wir uns sind die international bekannt und der meins ernst hier und wir machen jetzt hier welle digga wir machen welle komm herr digga komm herr komm digga warum kann ich hier keine waffe ziehen fuck shit digga mein anschlag ist schiefgegangen jetzt zombie cowboys ihr schweine und fans ich meins ernst perfekt so da kommen natürlich die anderen so ich glaube ich habe gute botschaft wieder top gute botschaft rübergebracht dass man sich mit uns nicht anlegt mit den zombie cowboys und wir meinen es ernst leute wir meinen es ernst wir haben den strip club in der santos ab wir haben einen anschlag in der santos in im strip club gemacht hier gerade live so gta online ist nicht mehr sicher ihr schweine und fans so nein lass dich mal angucken hallo ja hallo dich knall ich nicht aber dieses weißbrot hier hey du weißt klank krieg digga klank krieg klank krieg wo ist er hin wie ihr seht war das ein kratten heftiger klank krieger die zombie cowboys haben alles wieder hier rück gut rübergebracht hier ich meine müssen international natürlich auf platz 7 also was kann man erwarten zu die bullen kommen aber die werden uns natürlich nichts anhaben wir haben schmiergeld bezahlt wenn ihr versteht was ich meine wir besitzen natürlich sehr viel geld international besitzen wir bestimmt 100 milliarden gta dollar ja ich brüste nicht damit dass ich dass wir so viel haben aber wir haben so viel wir haben 100 milliarden dollar aber natürlich fahre ich kann jetzt in turnus weil das eh nicht mein auto ist und so und ich sage auf jeden fall das kann ich sagen bis zum nächsten mal auto games kommen auf der plästlichen vier haut rein und bleibt mir treu ja bis dann und jetzt noch ein letzter angriff drive baby drive bay headshot er knallt mich ab jetzt zombie cowboys wie sind die sieger hier bis dann ciao